Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Moment, gehen. So, äh, ja, fängt ja schon gut an. So, schauen wir nochmal, was hat sich geändert? Äh, so eigentlich nichts, außer ich hab wieder gemockt, gemockt, das hatte ich lange nicht mehr. Paladin T2 mit Kalim, du hast Rache. Ähm, eigentlich kein hübsches Set, aber es ist so in Klassik das erste Set gewesen, was richtig als für ein Retrie gemacht war, ne? Es war, beziehungsweise was halt für ein Retrie vor allem sehr geil war, es war Stärke, es war alles drauf, Stärke, Ausdauer, Int, Wille, äh, Beweglichkeit, es war Crit drauf, ähm, Zaubermacht war drauf, gab's die da schon? Ne, ich glaub, da war's Zauber, ne, ich glaub, da war sogar noch Zauberschaden gewesen. Äh, ist ja auch egal, also Fakt ist, ne, ich glaub, Zaubermacht hatten sie es da schon gerne gehabt. Also man hatte alles drauf, was man brauchte als Retrie. Das war einfach total geil, ne? T2,5, das war, äh, Ankirage, oder wie man das ausspricht. Und zwar der 40er Raid. Hat man dann Ruf sammeln müssen, hat man Ruf fahren müssen, dann hat man so, so Teile bekommen, äh, so Loot vom Boss, wo man sammeln musste, mit diversen anderen Sachen und abgeben und Ruf und so weiter und dann hat man das als Questbelohnung bekommen. Das hab ich nie gemacht, äh, so weit konnte, so weit war ich nicht in der Gelde, also mit dem Raiden, so weit war die nicht. Beziehungsweise ich nicht, weil ich war als Retrie halt nicht, und mein Klassik so in der Regel nicht mitgenommen. Zumindest in Europa war das, äh, eigentlich üblich, dass man da nicht unbedingt mitgenommen wurde, beziehungsweise, äh, ja gut, ich kenn's ja nur aus Deutschland. Ich hab's von anderen größeren Gilden, also von größeren nicht-deutschen Gilden mitbekommen, dass ein Retrie normalerweise schon mitgenommen wurde. Weil zum Offheel macht Damage und hält halt Siegel aufrecht. Und dazu müssen die Holy Parlers dann nicht in, äh, den Nahkampf und so weiter. Aber das ist schon ewig lang her, nah, Mage, so nicht, nee, 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 nee. Fickst du erstmal einen Stunt, kriegst du die CDs ab. Gehst du einen Block, du Feigling. Da bist du wieder draußen, kriegst du wieder CDs ab. Oh Gott. Jetzt erklären wir doch mal, warum der zu Sprinten kam. Ich muss mal aufpassen, ach. Der kriegt ja schon ins Gesicht hier. Wir müssen den Stunt, wenn wir den Block umhauen. Okay, vier. Bis gleich vorbei, bleib ich drin. Dann machen wir den Monk mal hier. Mages of Sheep. Die Monk, die. Das Brie ist richtig ein Stun und wird verlangsamt. 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 Verlangsamt hier, Freund. Geht mal da dein Monk. Ja, auch recht. Der hat ja richtig was abbekommen. Der hat ja richtig was abbekommen. Immun. Gar nicht drauf geachtet, dass schon der drauf ist. Oh nöööö. Nein. Ich spitt wohl. Gehen den Leuten nicht um den Sack. Oh, ihr wollt ZDs haben? Gute haben Fick dich doch Ja, so nicht. So nicht, mein Freund. Ja, sorry, ich muss mich gerade ziemlich konzentrieren. Ich sehe gerade, ich habe richtig ins Gesicht gedrückt. Ja, gut, okay, da haben wir eigentlich richtig was kassiert. Äh, 6 von... Oh, die kriegen wir nicht mehr. Können wir da noch? Nein, können wir nicht. Schamane kriegt uns dann... Ach, da ist ja eine Schurke dran. Noch nicht gesehen, sorry. Okay, die werden uns Lava wegnehmen, dann haben wir das hier oben. Sicher. Machen wir wieder runter. Na komm schon, ob... Ah, 2 braucht er nicht zu kriegen. Achso, die müssen ganz vergessen. Kriegst ein Freedom. Kriegst ein Richtspruch mit Ct's ab. Ich bin im Schäfchen. Da glaube ich, ein oder der Depp. Was ist das denn? Ah, das schlägt hier. Guck mal, ob wir uns hier wehtun können. Oh, Krieger, nervt nicht. Der Mage will sich rächen. Bestimmt haben wir den. Schäfchen. Ob wir dem helfen können. Wie ist das denn Line? Der Mage blitzert sich gleich weg. Oh, Shadow... Ne, ist das... Ein Holy Priest. Der Mage geht mir so hoch ins Sack. Naja, gut. 110k Execute! Was soll's! Pff, so lächerlich, diese Fähigkeit. Achso, ähm, für die das noch gar nicht wissen, Execute wird... Es ist möglich, dass Execute eine Reichweite von 15 Metern hat, meine ich. Toll, oder? Das heißt, selbstverständlich, wenn der Krieger... Wenn man nicht in der Melee-Reichweite ist, kann man vom Krieger immer noch getötet werden. 15 Meter ist eine ordentliche Reichweite. Gehen wir zum Vergleich. Das sind 10 Meter. Sieht jetzt nicht sonderlich viel aus. Boah, natürlich. Aber das ist, äh, das sind nochmal 5 Meter mehr, ne? Er stirbt endlich. Inline. Okay. Fuck you all. Ne, jetzt haut er wieder ab hier. Ist der Heiler. Ist dann... Versterben. Also, Shadow. Haben wir's getappt? Nein! Wir müssen's... Ja! Hahaha, geil! Da ist unsere reingegangen. Die, die die. Die, die die die... Schaden. Endlich. Natürlich. Ich bin ganz wichtig. Ich kann hauen wir halt den um. Ah, dieser Mage ist mir auf die Eier gegangen. Aber wir dürfen uns echt nicht beklagen. Wir sind knapp 60k. Oh, das tat schon mal weh. Ja, das tut schon, ne, also... ...extreich schön viel Mastery und dann noch mit der Vielseitigkeit. Das pusht ordentlich. Da braucht man auch kein Set-Bony. Der Zweier-Set-Bony ist sicher nicht verkehrt, aber... Was ist denn das da? Also, der Zweier-Bony ist nicht verkehrt, aber ich weiß halt nicht so genau. Ist halt glaubbar, man kann den Purge dispeln und so weiter. Na ja, gut. Muss man selbst entscheiden. Ich sag wie immer viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was dran soll, habt damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschööööööö... Vielen Dank.